Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3441 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mein Geschäft läuft nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Ich muss eine Lösung finden. Mein Geschäft läuft nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Ich muss eine Lösung finden. Mein Geschäft läuft nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Ich muss eine Lösung finden. Ich kann meine Haare mit diesem Föhn gut stylen, weil er so viele Einstellungen hat. Ich kann meine Haare mit diesem Föhn gut stylen, weil er so viele Einstellungen hat. Wir sind eine große Familie und wohnen alle zusammen in einem Haus. Wir sind eine große Familie und wohnen alle zusammen in einem Haus. Wir sind eine große Familie und wohnen alle zusammen in einem Haus. Es kann losgehen. Ich packe nur noch mein Notizbuch in den Rucksack. Es kann losgehen. Ich packe nur noch mein Notizbuch in den Rucksack. Es kann losgehen. Ich packe nur noch mein Notizbuch in den Rucksack. Dieses Shampoo kannst du heute exklusiv ausprobieren. Es ist noch nicht im Handel erhältlich. Dieses Shampoo kannst du heute exklusiv ausprobieren. Dieses Shampoo kannst du heute exklusiv ausprobieren. Es ist noch nicht im Handel erhältlich. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Meistens bin ich noch spätabends in der Praxis und erledige die Schreibarbeiten. Kannst du mir hierbei helfen? Nach dem Einkauf schaue ich mir die Kassenzettel genau an. Nach dem Einkauf schaue ich mir die Kassenzettel genau an. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich nutze meinen roten Motorroller für kurze Fahrten innerhalb der Stadtgrenzen. Ich nutze meinen roten Motorroller für kurze Fahrten innerhalb der Stadtgrenzen. Jedes Jahr von Juni bis August fahren Mähdrescher und Traktoren auf die Felder, um Getreide zu ernten. Die eine Kerze habe ich schon erfolgreich ausgepustet. Die zweite Kerze habe ich schon erfolgreich ausgepustet. Morgens öffne ich die Fenster, lasse frische Luft in die Küche und trinke die erste Tasse Kaffee. Hand in Hand gehen wir gemeinsam durch das Leben. Uns kann nichts trennen. Hand in Hand gehen wir gemeinsam durch das Leben. Uns kann nichts trennen. In meiner Praxis führen wir Nasenkorrekturen und Facelifts durch. In meiner Praxis führen wir Nasenkorrekturen und Facelifts durch. Wir sitzen hier schon mehrere Stunden und haben noch keinen einzigen Fisch gefangen. Wir sitzen hier schon mehrere Stunden und haben noch keinen einzigen Fisch gefangen. Friedrich schneidet keramische Fliesen mit einem manuellen Fliesenschneider. Friedrich schneidet keramische Fliesen mit einem manuellen Fliesenschneider. Vor dem morgendlichen Lauf wärme ich meinen Körper so auf, wie es mir mein Trainer gezeigt hat. Vor dem morgendlichen Lauf wärme ich meinen Körper so auf, wie es mir mein Trainer gezeigt hat. Ich unterrichte Geografie und Geschichte und gestalte den Unterricht so interessant wie möglich. Ich unterrichte Geografie und Geschichte und gestalte den Unterricht so interessant wie möglich. Beim Hindernislauf beweisen die Teilnehmer Willensstärke, Ausdauer, Mut und Kraft. Wir liegen zusammen auf der Decke und reden miteinander. Wir liegen zusammen auf der Decke und reden miteinander. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.